Moin Pyrus. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Wir haben ein bisschen was gezündert hier. Zünderschutz. Titanium-Salut. So ein großes Feuerball-Jumel. Von Polen-Markt weiß ich noch. 5,50 Euro. Ein paar dicke Brumme. Das ist ein F1. Und zum Schluss mal die nette Cake hier. Gucken, ob die fetzt. Mit Stupine. Gebrauchsanweisung. Viel Spaß bei der Zündung. Fangen wir mit dem kleinen Zeug an. Wie gesagt, die Cake zum Schluss. So. Ja. Was ist das? Ja. Guck dir auch zu fliegen. Da tauben wir irgendwie. Ich lass mal aufschlagen. So, dann machen wir mit dem kleinen Vulkan hier mal weiter. Okay, brennt aber lange. Brennen in Ordnung. So, ich mach das hier. So schön. Das ist schön. Ah, die ist schön. Also ein Brummkreisel noch. Oh, aus meiner Kindheit hat sich an dem Designer nicht viel getan. So, dann haben wir die Beste, die Kinder. aber noch gar nicht 5 gramm f2 das finde ich aber eigentlich nicht so toll dann schießen wir die mal so ein bisschen das ist gut so 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 schlecht sind die nicht gefällt mir jetzt noch die Kek von Bonnbridge Quäckling Tail zu Gulenwelf so so schönes ding haut da rein Pyrus bis zum nächsten mal tschüss und jetzt bin ich da oben drauf dabei und jetzt bin ich da oben drauf dabei